Okay, okay, okay. Yo, yo, yo. Willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir an einem neuen Pump Track. Pump Track statt Eck. Wir werden uns das heute mal anschauen. Hier sind wir. Pump Track statt Eck. Okay. Wir machen uns jetzt mal eine kleine Übersicht. Eine kleine Übersicht machen. Okay. Alter Schwede. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Okay, heftig. Heftig. Der ist nun wirklich schon hängen geblieben. Okay. Viel größer, so war das. Okay. Der Abschnitt ist geil. Ist das gleich? Alter. Alter. Boah. Okay. Das ist eine richtige Chance dabei. Alter, das ist eine richtige Chance dabei. Okay, krass. Krass. Richtig, 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 richtig. Okay. Richtig, richtig. Okay. Richtig, richtig. Richtig, richtig, krass. Die Sprünge sind richtig krass. Man sieht es auf dem Video sicher nicht, aber... Alter, die Jumps da hinten sind richtig zenträcht in die Luft. Aber die Jumps da hinten sind richtig zenträcht in die Luft. Alter. Okay. Alter, schau. Alter, schau. Das ist schwer. Wow. Oh. ó. ... ... ... Richtig gestörte Lines Die Schafs sind richtig gestört, der geht sinkricht rauf Ich könnte es probieren, ein paar Einstellungen von ihm rumzumachen Fazit zu diesem Bum-Trick, geistesgestört Die Absprünge sind geisteskrank Hier kann man sehen, da ist alles zerkratzt Auf den Absprungkanten, also man bleibt hier hängen Man kann den Track nie fahren So Freunde, das war's auch schon wieder mit diesem Video Bum-Track und fahrbar, bis zum nächsten Mal, Peace Okay, ich hab hier noch was im Deck Keine Ahnung, das sind also die Sprünge im Hang Wir schauen uns das mal an Richtig Das hier, was ist das, was soll das sein? Sprünge? Oder Sprünge? Oder Sprünge? Ein Brückenbrenner Liegestütz Okay, die nehmen wir noch schnell mit und dann geht's auf zum Auto wieder. Okay, das war's, bis zum nächsten Mal. Okay, das war's.